Bitte gib mir Unterricht in Liebe, denn es ist schon allerhöchste Zeit. Bitte gib mir Unterricht in Küssen, denn ich wüsste gern Bescheid. Leider muss ich selber noch studieren, denn für mich ist all das Theorie. Lass uns durch die ganze Welt spazieren, was ist Liebe dort und da und wie? Ning, nung, neng, wäre ich ein Eskimo, ping, pong, ping, wäre es mit den Küssen so. Da muss man die Nasen reiben, mit der Nase reiben, also zehnmal schreiben. Ning, nung, neng, 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 neng. War das finnisch? Nein, läppisch. Wenn man ein Gentleman oder eine Lady ist, sagt man Darling, bei der High Society, da bleibt man sehr kühl. Wenn man beim Pferd es sport, seine Lotschaft trifft, sagt man Darling. Mein Pferd heißt Sechsepil, doch kann's noch niemals ans Ziel. Un petit bar. C'est bon, c'est bon. Oh, war das kritisch? Nein, britisch. Oh. Oh. Herr Maladus, lass doch den Schmus, heut ist es nichts mit Lamour. Oh, wie brutal, süß ist die Qual, immer dieselbe Tour. Ja, wenn man in Paris ist, und einer wie Maurice ist, gibt's nicht nur Liebe, sondern auch Liebe, Herr Maladus. Was? War das irotisch? Nein, idiotisch. 할otisch. Non, 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 no, 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 dojoji. Vinne, 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 tu. Hilf uns, großer Geist der Indianer, hilf uns, großer Mani tu. Oh, du mein, binne tu, binne tu, man hast du in die Frouh, in die Frouh. Joji. Was ist denn das? Das war die erste Lektion in Liebe, mein Kind.